Hallo zusammen, ich bin die Ulrike Meisel aus Neustadt-Hambach und ich suche im Moment ein Rezept für Kartoffelklöße für heute. Ich habe eins gefunden, felserhorische Kartoffelklöße halb und halb und das werde ich jetzt euch vorstellen. Für das heutige Rezept brauche ich ein Kilo Kartoffeln, 60 Gramm Speisestärke, zwei gestrichene Teelöffel Salz, etwas Majoran und Muskat und das war's schon. Als erstes werden 500 Gramm Kartoffeln als Pellkartoffeln gekocht, geschält und durch die Kartoffelpresse gedrückt und hierbei ist es egal, ob es festkochende oder mehlig kochende Kartoffeln sind, man kann auch Kartoffeln vom Vortag nehmen. Die anderen 500 Gramm, die rohen Kartoffeln, schäle ich, die werden dann nachher gerieben und ausgepresst. In der Zwischenzeit habe ich schon das Wasser aufgesetzt im Topf, dass es leicht kocht, wenn die Kartoffelklöße so weit fertig sind, dass ich sie ins Wasser geben kann. Als nächstes werden die Kartoffeln gerieben und müssen ausgepresst werden, da sie trocken sind und um mir die Arbeit zu erleichtern, gebe ich gleich das Tuch in die Schüssel und treibe hierauf die Kartoffeln. Die fein geraspelten Kartoffeln drücke ich jetzt über einer Schüssel aus und hierzu ist es wichtig, dass das Handtuch ein frisches, sauberes Handtuch ist und einiges an Kraft aushält. Die nun relativ trockenen, ausgepressten Kartoffelraspel gebe ich zu den gekochten, durchgedrückten Kartoffeln hinzu. Die 60 Gramm Speisestärke werden über die Kartoffeln verteilt, etwas Muskat drüberraspeln, zwei gestrichene Teelöffel Salz dazu und in etwa ein Teelöffel Majoran. Majoran ist optional, nicht jedermanns Geschmack. Bei dem vorhin aufgefangenen Kartoffelwasser hat sich die Stärke abgesetzt. Ich gieße vorsichtig das Wasser ab und gebe dann die restlichen Stärke zu der Kartoffelmasse mit dazu. Das Ganze wird jetzt zu einer homogenen Masse verknetet. Die Menge reicht für 8 bis 10 Knödel, ich forme heute 8 Knödel davon. Hierzu teile ich mir die Masse etwas grob ein, dass die Knödel in etwa gleich groß werden. Am besten geht es mit leicht feuchten Händen. Die Knödel kommen jetzt in das kochende, leicht gesalztene Wasser und dürfen dann hier 20 Minuten gar ziehen, aber nicht kochen. Traditionell gibt es zu den horischen Knöp eine Speck-Rahm-Soße oder sie werden zu Gulasch oder anderen Braten gereicht. Aber es passt wunderbar auch gebratene Balsamico-Rote-Bete dazu oder ein schönes Wirsing-Gemüse. Auch das geht, es muss nicht immer Fleisch sein. Die Zeit ist um, die horischen Knöp sind fertig. Ich hole sie Stück für Stück mit der Schaumkelle aus dem Wasser. Beim Servieren sieht man dann auch, warum die horischen horischen heißen. Außen sieht man, die Kartoffelraspel sehen aus wie Haare, wie die hohe. Und wenn man es aufreißt, innen drin genauso. Wunderbar geeignet für Soße. Wie ihr seht, horische Knöp sind in der Zubereitung gar nicht so schwer. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit!